Ja, Micha? Der Stift malt schon, ich muss aufs Klo. Na gut, geh ruhig. Tüdelü. Halt, Taschen leeren. Dein Ernst? Ihr Ernst? Ja, ja, warum muss ich meine Taschen leeren? Weil du wieder auf dem Schulklo zocken willst. Na gut, ich geb's dir zu, ich wolle zocken, hier. Gute Entscheidung, viel Spaß. Der ist so dumm.